Stefan, das war heute der geilste Tag. Manni, das haben wir richtig der Gneust. Schaufel-Sonde haben wir dabei. Ja. Und jetzt machen wir einen LVS-Check. Okay. Jawohl. Sendet, passt. Den Hang, den lassen wir aus. Wir gehen jetzt schön in Geraden lang, um einfach flacher und sicherer unterwegs zu sein. Und jetzt machen wir wieder die Tag. Ja oder? Wir sehen uns nicht. Wir sehen uns auch wirklich, wie wir da laufen. intensity-�ysical und glanzig lightly. Und jetzt ist es ein Vorgant. Super muy briller. Super gut. Super gut. Super gut. Super gut. Super gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Skifahren, oder? Genau. War geil, Armin, dass wir die hier zufällig treffen. Weil, was wäre wenn? Ja, das hat mir jetzt ein paar Fragen an dich.